Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man bei Atlas einen Giraffen temen kann. Für das braucht ihr Früchte oder eben Bohnen. Wo man die Bohnen finden kann das ist auf der Starterinsel und eigentlich so gesagt auf jeder Insel findet man Bohnen. Wo man die Früchte bekommt das kann ich euch auch noch sagen das ist meistens bei C3 oder bei B3. Dann findet man echt viele diese Früchte. Was ihr jetzt machen könnt ist ihr müsst diesen Giraffe so runter schiessen bis der wirklich fast kein Leben mehr hat dass man mit der Bola einfangen kann. Das ist ziemlich schwer bei diesem scheiss Giraffe weil der echt schnell ist. Aber lasst euch nicht irritieren von diesem Giraffe der bleibt irgendwo am Backen so wie bei mir. Wie ihr gesehen habt müsst ihr den nur zwischen die Felsen oder zwischen die Bäume rein locken. Dann ist er echt schnell abgelenkt oder verpackt. Was ihr jetzt machen müsst einfach den die Bola anwerfen und dann könnt ihr hinten rechts an den Arsch gehen und den füttern. Natürlich nicht in den Arsch füttern sondern in den Mund. Ist zwar ein bisschen unlogisch dass man den füttern muss hinten aber ja das ist ja nebensache. Was ihr nachher mit diesem Giraffe machen könnt das ist ziemlich cool weil der kann übelst schnell rennen aber nicht nur rennen kann auch gut fahren. Für das braucht ihr einen Tier 3 Sattel wenn ihr den getamt habt. Den müsst ihr in der Tannery machen. Da könnt ihr ja dieses Sattel machen. Ich erwähne es immer wieder dass man die da machen kann. Falls ihr noch Fragen habt wo man diesen Sattel macht. Und ja Leute ich hoffe euch hat das kleine Tutorial gefallen. Mich würde es freuen wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Ein Abo würde mich sehr freuen. Das würde mich richtig unterstützen. Ich hoffe ihr unterstützt mich auch. Und ja Leute bis zum nächsten Video und bye bye. Tschüss.